Du machst eine kaufmännische Ausbildung und schreibst bald deine IHK-Abschlussprüfung. Dabei ist es völlig egal, ob du eine Ausbildung zur Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement oder eine andere kaufmännische Ausbildung machst. Eins haben alle gemeinsam. Bestimmte Themen müsst ihr für die Prüfung drauf haben. Und diese Schnittmenge, die will ich mit euch mal üben. Und das machen wir in Form von einem kleinen Quiz. Jede Woche kommt jetzt ein kleines Quiz. Fünf schnelle Fragen für die IHK-Abschlussprüfung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wie gesagt, jede Woche kommt jetzt ein Video dazu bis zur Prüfung. Und bevor wir loslegen mit Teil 3 von fünf schnellen Fragen, hier noch die Lösung zu Teil 2. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt zu Teil 2, ich verlinke es euch hier oben rechts. Los geht's, die Lösung zu Teil 2. Erste Frage, welche Kreditsicherheit wird beim Immobilienkauf grundsätzlich verwendet? Und ja, ich glaube, das haben alle richtig in den Kommentaren gehabt. Das ist D, die Grundschuld. Ganz genau so ist es. Ja, Grundschuld oder Hypothek. Das sind immer die richtigen Kreditsicherheiten, wenn es um das Thema Immobilien oder Grundstücke geht. Wunderbar. So, Frage Nummer 2. Wie hoch ist das Mindestkapital der OHG? Und auch da lagt ihr alle richtig. Das ist B. Es gibt keins. Ja, 25.000 Euro, das ist das Mindestkapital bei der GmbH. 50.000 Euro bei der AG. Und D ist Quatsch. Also das habe ich mir ausgedacht. B ist die richtige Antwort. Frage 3. Welche der folgenden Positionen gehört zum Umlaufvermögen? Ja, auch das war nicht allzu schwer. Das ist B. Rohstoffe, alles andere. A. Maschinen, Anlagevermögen. Ja, C. Gebäude genauso. Und Patente, das sind Rechte. Die haben auch nichts im Umlaufvermögen zu suchen. Also, weiter geht es mit Frage 4. Wie lautet die Formel für den Deckungsbeitrag? Ja, A, B, C, D. Hört sich alles ein bisschen gleich an, aber wir hatten es ja schon mal in einem separaten Video besprochen. Deckungsbeitrag ist einfach der Umsatz minus variable Kosten. Also, dann habe ich meine fixen Kosten noch nicht gedeckt, sondern der Deckungsbeitrag, der ist der Betrag, der übrig bleibt, um meine fixen Kosten zu decken. Deswegen auch Deckungsbeitrag. Und, ja, das war die Frage 4. Jetzt kommt noch Frage 5. Welche Aussage ist richtig? Und hier, ich lese nicht nochmal alle vor, ist die richtige Lösung die D. Unter Anwesenden, also beim Telefongespräch oder bei persönlichen Gesprächen, da kann ein Angebot nur sofort angenommen werden. Das Angebot ist nur so lange gültig, wie lange das Gespräch auch dauert. So, viele von euch hatten die richtige Lösung. So, auch die Tanja, also D, B, B, D, D war die richtige Lösung zu den Fragen. Und Tanja schrieb auch, die Lösung sieht sehr DB-lastig aus. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Leute, keine Sorge. Also, vertraut eurer Intuition, eurem Bauchgefühl. Ich habe auch schon Klausuren gemacht, wo immer nur A oder immer nur 1, 2 richtig ist. Ja, also, das muss nichts heißen, dass es nicht irgendwie bunt gemischt ist, sondern, ja, in diesem Fall auch sehr DB-lastig. Wir hatten aber noch eine Bonusfrage offen und die lautete wie folgt. Und zwar, die Müller KG hat ein Fremdkapital von 500.000 Euro. Davon sind 100.000 Euro kurzfristige Vermittlichkeiten. Das Anlagevermögen der Müller KG beträgt 600.000 Euro und das Umlaufvermögen 200.000 Euro. Und die Frage war, wie hoch ist das Eigenkapital? Und ich war wieder gemein an der Stelle oder ich wusste, dass ich gemein sein werde, weil viele von euch sind drauf reingefallen. Schauen wir uns erstmal die Bilanz an. Also, Aktivseite, Passivseite. Wir haben Anlagevermögen 600.000 Euro, Umlaufvermögen 200.000 Euro. Da steht ja im letzten Satz drin. Das macht eine Bilanzsumme von 800.000 Euro. Wunderbar. So, jetzt die Passivseite. Fremdkapital 500.000 Euro. Und der Satz geht ja weiter. Davon sind 100.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Das heißt nicht, dass es nochmal zusätzlich 100.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeiten gibt, sondern von den 500.000 Euro sind 100.000 Euro kurzfristige Verbindlichkeiten. Der Rest ist dann also 400.000 Euro langfristige Verbindlichkeiten Darlehen. Also, das Fremdkapital ist insgesamt schon 500.000 Euro. Die 100.000 Euro sind inklusive. Was bedeutet, dass die richtige Lösung 200.000 Euro Einkapital ist, wie viele geschrieben haben, sondern 300.000 Euro. Die Bilanzsumme ist ja auf Aktiv- und Passivseite gleich. Also, die Differenz von 800.000 und 500.000 ist 300.000 Euro. Also, das ist die richtige Antwort. Das Eigenkapital ist 300.000 Euro. Und ich glaube, das hatten auch zwei, drei Leute richtig. Ja, also, was merken wir oder was merken wir uns? Genau die Aufgabe lesen. So, apropos Aufgaben. Los geht's mit fünf schnellen Fragen Teil 3. Erste Frage. Also, seid ihr bereit? Los geht's. Die erste Frage. Welches Gesetz gibt es nicht? Ist das das Berufsbildungsgesetz? Das Jugendarbeitsschutzgesetz? Das Ausbildungsvergütungsgesetz? Oder das Arbeitszeitgesetz? A, B, C, D? Schreibt's gerne in die Kommentare. Weiter geht's mit Frage Nummer 2. Wir zahlen Bargeld auf unser Bankkonto ein. Was passiert mit der Haben-Seite des Kontos Bank? Okay, die wird größer? Die wird kleiner? Die bleibt unverändert? Oder die gibt's gar nicht? A, B, C oder D? Was passiert mit der Haben-Seite des Kontos Bank, wenn wir Bargeld auf unser Bankkonto einzahlen? Okay, Frage 3. Diese Kosten fallen für mehrere Produkte oder Abteilungen an und können nicht direkt einem einzelnen Produkt zugeordnet werden. Sind das Einzelkosten? Sind das Gemeinkosten? Sind das Variablekosten? Oder trifft für gar keine Kosten zu? Hm, A, B, C, D? Dann kommen wir zu Frage Nummer 4. Welche Aussage ist korrekt? A, Jugendliche dürfen ausschließlich Montag bis Freitag arbeiten. Montags bis Freitags. B, Jugendliche dürfen mit ihrem Taschengeld ein Fahrrad kaufen. C, Jugendliche bekommen eine höhere Ausbildungsvergütung als Volljährige. Oder D, Jugendliche können auch ohne Zustimmung der gesetzlichen Vertreter eine Ausbildung beginnen. A, B, C, D. Thema Jugendarbeitsschutzgesetz. Und wir kommen schon zur letzten Frage. Frage 5. Welche ist die korrekte Formvorschrift beim Kauf einer Immobilie? Ist das A, die notarielle Beurkundung? B, die notarielle Beglaubigung? C, die notarielle Beanstandung? Oder D, die notarielle Bekanntmachung? Immobilienkauf ist schon was anderes, als wenn ihr einen Schokoriegel oder einen Durstlöscher kauft. Das ist schon etwas Besonderes. Da gibt es eine besondere Formvorschrift. A, B, C oder D. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich habe natürlich noch eine Bonusfrage für euch. Die Bonusfrage lautet heute. Leonie möchte ein Unternehmen gründen. Sie hat sehr wenig Eigenkapital, in Klammern 2000 Euro. Und möchte wichtige Entscheidungen alleine treffen. Frage. Welche Rechtsform würden Sie Leonie empfehlen? Ja, also eine offene Frage. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kurz begründen auch, warum welche Rechtsform für Leonie geeignet wäre. Ja, und es gibt für diesen Fall nicht unbedingt eine perfekte Lösung, sondern vielleicht gibt es auch zwei Lösungen. Ja, das ist auch eine gute Übung für euch, für die Klausur oder für die Prüfung, dass ihr Entscheidungen auch begründen könnt, warum ihr euch für eine Sache entschieden habt, beziehungsweise warum ihr glaubt, dass das eine sinnvolle Lösung ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für die mündliche Prüfung. All das, was ihr sagt, einfach begründen können. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr euch für diese Rechtsform entschieden habt. So, das war es von meiner Seite. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.